Hallo, mein Name ist Luca und mir wurde oft die Website Z0R zugesendet. Auf dieser Website passiert wohl irgendwas, das heißt wir gehen... Auf dieser Website passieren komische Dinge, wie beispielsweise... Super, geil, danke für die Empfehlung, Freunde. Wir können hier unten auf random klicken und dann kriegen wir etwas... Oh warte, die hat noch was cooles auf dem Kopf, das muss ich mir auch holen, das Utensil. Damit haben wir heute wohl einen neuen Rekord aufgestellt, wie schnell in einem Video die Niveaulosigkeit erreicht wird. Herzlichen Glückwunsch, Luca. Wir klicken wieder auf random... Der denkt wohl auch, dass wir wieder die Niveaulosigkeit erreicht haben. Ich habe ja damals mal ein Video gemacht, was sich sinnlose Webseiten genannt hat, das verlinke ich euch mal... Da. Ich muss wirklich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt dachte, dass es nichts Dümmeres mehr gibt. Allerdings. Oh mein Gott, die reden auf Deutsch. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Dunkel, Nebel, Schwarz, Weiß, Abend, Nacht in irgendeiner Großstadt. Obwohl es von der Grafik her tatsächlich recht scheiße ist. Habt ihr wahrscheinlich auch bei meinen Wales Vlogs gemerkt, dass ich übelst Lust daran hatte, das Ganze mit so einer... Und mit so einer Mucke zu unterlegen und dann mit dem... Wir machen weiter. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar? Klar. Das ist tatsächlich wieder ganz geil. Ja, ist halt die Erde, ne? Die muss ja geil sein, weil ich da drauf bin. Bei dieser Sache weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was das so genau soll. Hey, da kommt ein Typ von rechts reingela... Oh. Der ist nackt. Es gibt einfach nur noch so krasse Techno-Sachen. Fackt mich gerade irgendwie ein bisschen ab. Oh, ich wusste gar nicht, dass die Meme von mir da drin haben. So funny, Luca. Wenn ihr wissen wollt, wie es aussieht, wenn ich im Club tanze... Ist übrigens auch genau mein Dress, den ich da... Oh, jetzt haut sie aber hier raus, Mann. Meine Güte. Team Rocket. Oh mein Gott. Es sind Jesse und James. Wo ist Mautzy? Ist das Manu? Manuel? Wenn du das siehst, schreib mal, ob du das bist. Nur Manuel kann so ein Schweiß... Schweiß. Okay. Oh, Hunde! Oh, ähm... Hilfe! Nun sind wir tatsächlich bei der Dummheit schlechthin angekommen. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Wollt ihr, dass ich nochmal einen Teil von Z0R hochlade, dann schreibt es mir und kotzt in die Kommentare. Lass ein Like da. Für jeden Like kaufe ich mir fünf neue Lambos. Tschüss.